Emotionsgeraden, wenn auch deutlich friedlicher. Das Champions League Halbfinalspiel, darum geht es gleich im Sport. Die Nervosität steigt bei Titelverteidiger Real Madrid und Bayern München so kurz vor dem Match. Mehr dazu gleich in UF1. Auch heute müssen unsere Vorzeigepferde die Lipizzaner arbeiten. Wie sie sich dabei auf die große Gale in Heldenberg vorbereiten, das sehen Sie in den Seitenblickchen. Markus Watzak hat zuvor noch die Wetteraussichten für uns. Lassen Sie den Feiertag angenehm ausklingen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.